Hallo, mein Name ist Matthias Spannring, ich bin Administrator an der Hacksteier. Hallo, mein Name ist Karin Gottlieb, ich bin Lehrerin an der Hacksteier. Heute möchten wir euch gerne die Hacksteier und die Handelsschule Steier vorstellen. Wir möchten gerne starten, indem wir euch zeigen, welche verschiedenen Berufe einige unserer Absolventen ausüben. Hier seht ihr den Hotelier und Gastronom Georg Baumgartner. Er führt ein Hotel in Christkindl und ist übrigens auch Tourismusverband Obmann von Steier. Der nächste ist Alexander Stellenberger. Er ist Geschäftsführer einer Steuerberatungskanzlei und unter anderem unterrichtet er auch an der FH in Steier. Kevin Ilse ist prämierter Foodblogger und Inhaber seiner eigenen Pension. Er leitet ein Kreativstudium mit dem Schwerpunkt auf dem Food- und Beverages-Bereich. Michael Wahl ist Vertriebsleiter für Gebrauchtwagen bei Mercedes Österreich. Einen sehr wichtigen Teil in der Hacksteier spielt natürlich die Wirtschaft und uns ist in dem Zusammenhang wichtig, dass Wirtschaft nicht nur ein trockener, theoretischer Unterricht ist, sondern dass wir sehr viele Kooperationen haben mit Unternehmen, aber auch mit Fachhochschulen und mit Institutionen wie zum Beispiel die Wirtschaftskammer. Einige der neuen Fächer in der Hack sind Betriebswirtschaft, wo es um Sachen wie Marketing geht oder generell wie verkauft man Produkte. Ein weiteres Fach ist Unternehmensrechnung. In dem Fach geht es darum, wie legt man Rechnungen, wie stellt man Mahnungen aus. Weitere Fächer sind Wirtschaftsinformatik und Informations- und Office-Management. In diesen beiden erhält ihr eine gute Ausbildung im Bereich Computer und Informationstechnologie. Ein weiterer Schwerpunkt bei uns an der Schule ist die Sprachausbildung. Englisch lernt ihr bei uns ab der ersten Klasse und ihr lernt eine lebende Fremdsprache. Ab der ersten Klasse, da könnt ihr euch aussuchen, entweder Italienisch, Französisch oder Spanisch. Ab dem dritten Jahrgang könnt ihr eine zweite lebende Fremdsprache dazu wählen, da ist sogar Russisch möglich. Eine Besonderheit unserer Schule ist es, dass wir ab der ersten Klasse Tablets für alle einsetzen. Das bedeutet, dass ihr ein eigenes Tablet, also einen kleinen Computer habt, der bei euch die Schulbücher und Hefte ersetzt und ihr könnt direkt mit einem Stift draufschreiben und habt so immer alle Notizen bei euch zur Verfügung. Ein zweiteres Plus bei uns an der HAG-Steyer ist der Sportzweig. Und zwar in diesem Sportzweig habt ihr zu 100% mehr Sportstunden. Sport findet aber nicht nur im Turnsaal statt, sondern auch in Fächern wie zum Beispiel BWL werden Unternehmen, also Sportunternehmen behandelt, zum Beispiel Adidas, Atomic und so weiter. Bei der Anmeldung könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr Tablet Plus wählen wollt oder Sport Plus oder HAG Pur oder auch eine Kombination der beiden Plus-Angebote. Das heißt, Tablet Plus Sport ist ebenso eine Möglichkeit. Ab der dritten Klasse habt ihr die Möglichkeit, noch eine zusätzliche Spezialisierung zu wählen. Und zwar könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mehr noch in Richtung Sprachen gehen wollt oder euer Wissen im Bereich Business vertiefen oder ob ihr mehr an kreativen oder technischen Fächern interessiert seid, wie zum Beispiel Medien oder IT. Bei uns könnt ihr auch Zertifikate machen. Das heißt, ihr könnt Prüfungen ablegen. Zum Beispiel könnt ihr Prüfungen in Englisch ablegen und ihr könnt zusätzliche Prüfungen in Buchhaltungsprogrammen ablegen, die am Arbeitsmarkt sehr gefragt sind. Wir machen euch auch fit fürs Leben und zwar, indem wir sehr viele Projektwochen unternehmen. Konkret sind geplant in der zweiten Klasse eine Wintersportwoche, in der dritten Klasse dann eine Sprach- oder Sportwoche und in der vierten Klasse eine Sprach- oder Kulturwoche. Außerdem macht euer Klassenvorstand mit euch regelmäßig Teamtage. Die Handelsschule oder Schule des Handelns dauert drei Jahre. Ihr habt danach einen mittleren Abschluss. Das heißt, ihr könnt danach arbeiten gehen oder ihr könnt mit diesem Abschluss auch die Abendtag besuchen und dann innerhalb von drei Jahren die Matura nachmachen. Wichtig in der Handelsschule ist, dass wir eure Persönlichkeiten hervorheben. Dass ihr selber erkennt, wo liegen eure Stärken, wo liegen eure Schwächen und dass ihr dann einfach gestärkt durchs Leben gehen könnt. Bei uns an der HAG-Steyer ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir euch um euch persönlich kümmern. Zu Beginn werden wir euch in der Welcome Week willkommen heißen. Hier werden wir euch das Schulgebäude zeigen und wir zeigen euch, wie unsere IT-Landschaft funktioniert. Ganz wichtig ist bei uns die Lernbegleitung. Bei uns gibt es Lernateliers. Das sind Übungsstunden mit Fachprofessoren und Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgänge, die euch nicht nur fachlich unterstützen, sondern euch auch bei der Lernorganisation unterstützen. Außerdem habt ihr in der ersten Klasse Peers. Das sind Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgänge, die sich persönlich um euch kümmern. Uns ist auch wichtig, dass ihr gesund bleibt. Wir sind eine bewegte Schule, wir sind eine gesunde Schule. Es gibt verschiedenste Angebote über Vital for Brain, das sind so kleine Übungen, die man im Unterricht machen kann, über ein gesundes Schulbuffet. Wir machen aber auch regelmäßig Fun-Aktivitäten wie das Drachenbootrennen oder Skitage. Wer Lust hat, kann beim NINZ-Marathon teilnehmen und, und, und. Unsere Schulevents sind legendär. Wir organisieren Firmenbesuche. Ihr sollt das, was ihr bei uns in der Schule, in der Theorie lernst, dann auch in der Praxis besichtigen können. Voraussetzungen für eine Aufnahme in der HAC sind, entweder seid ihr im Bereich Standard der HS oder ihr seid in Standard und habt dann ein Sehrgut oder ein Gut in Deutsch, Englisch und Mathematik. Für eine Aufnahme in der HS müsst ihr im Bereich Standard, ein Befriedigend oder natürlich besser in Deutsch, Englisch und Mathematik im Zeugnis dann haben. Unser Infoabend findet am 20. Jänner 2022 statt. Schaut vorbei, es wird sicher spannend und gibt einiges zu entdecken. Die Schnuppertage finden im Jänner 2022 statt. Aktuelle Infos und Anmeldungen dazu findet ihr immer auf unserer Homepage www.hack-steier.at Wir bitten heuer auch wieder persönliche Guided-Tours an und zwar am 19. Jänner und am 26. Jänner jeweils am Nachmittag Anmeldungen ebenso über die Homepage www.hack-steier.at Der Zeitraum der Schulanmeldung ist dann ab Beginn der Semesterferien bis 11. März 2022. Wir danken für deine Aufmerksamkeit und wir würden uns sehr freuen, dich bei uns in der Schule begrüßen zu dürfen. Noch mehr Informationen findest du natürlich auf unserer Homepage www.hack-steier.at Aber auch auf Facebook und natürlich auf Instagram. Aufgrund der besonderen Umstände momentan findest du in diesen Medien immer die aktualisierten Termine. Haben wir nun euer Interesse geweckt? Wir freuen uns auf euch!